Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar Skyway, ein Märchen oder bald unsere Zukunft. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich komme aus dem wunderschönen Bayern, nämlich aus dem Norden von Bayern. Ich bin 51 Jahre alt. Ich gehöre nicht zu Skyway Group. Und auch nicht zu Skyway Capital. Ich bin einfach Investorin und aus meiner Begeisterung für dieses Projekt habe ich mich entschieden, eben diese Webinare hier zu sprechen. Das möchte ich einfach hier nur mal klargestellt haben. Dieses Webinar besteht aus vier Teilen. Und zwar aus der Skyway Transporttechnologie. Das heißt grundsätzlich, was ist? Skyway, was ist diese Technologie? Dann im zweiten Teil, warum ist es interessant, Skyway Investor zu werden? Im dritten Teil sehen wir uns dann die letzten Neuigkeiten aus der vergangenen Woche an. Und im vierten Teil dürfen Sie dann Ihre Fragen stellen. Was ist die Skyway Transporttechnologie? Diese Technologie wurde entwickelt vom Erfinder Anatoly Junitsky und zwar bereits seit 1977, das heißt also seit fast 40 Jahren und natürlich auch patentiert. Sie zeichnet sich aus durch die Vielfalt des Design- und Technologie-Know-hows und vor allen Dingen auch durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Wie ist Anatoly Junitsky? Für mich eine sehr interessante Persönlichkeit. Er ist der Autor von 140 Erfindungen und 30 seiner Erfindungen wurden bereits in der ehemaligen UdSSR umgesetzt mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist zudem der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monografien und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Was ist eine Monografie? Wer das nicht weiß, das ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich nur mit einem Gegenstand befasst. Weiter ist er Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das bereits seit 1986 und der russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Und dies seit 2000. Und was für uns natürlich besonders interessant ist, er ist der Erfinder und der Chefingenieur des Skyway String Transport Systems. Was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Nun, Skyway ist ein modernes, ökologisches, angepasstes und auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Was heißt das zweite Ebene? Der Transport findet auf einer speziell konstruierten Stringstruktur, das heißt einer Schienenstruktur, ähnlich einer Seilbahn in der Höhe von 15 bis 30 Metern statt. Es hat allerdings keine Analogie mit einer Seilbahn, das ist nur die Höhe, die identisch ist. Diese Stringstruktur bietet zudem auch noch weitere Möglichkeiten, nämlich man kann in diese Schienenstruktur auch Strom, Internet und weitere für die Infrastruktur des Landes benötigte Leitungen mit einbauen. So spart man sich natürlich viele Erdarbeiten, um das Ganze in der Erde zu integrieren. Warum brauchen wir diese Technologie? Viele werden sagen, oh Gott, wir haben ja schon so viele Transportmöglichkeiten, es gibt Züge, es gibt Autos, es gibt Schiffe, was weiß ich alles. Nun, wir brauchen diese Technologie meiner Meinung nach sogar sehr notwendig. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das erste ist aus ökologischen Gründen. Durch diese Technologie können wir sehr viele Schadstoffe einsparen. Wir sehen ja hier ein Bild von den Autos, die hier sehr zahlreich unterwegs sind und natürlich entsprechend auch Schadstoffe ausstoßen. Das können wir weitgehend hier eindämmen, indem wir einfach diese Technologie nutzen. Dann hat diese Technologie oder diese Fahrzeuge einen sehr geringen Kraftstoffverbrauch. Da werden wir noch mehr dazu hören heute. Man hat hier einen minimalen Verbau der Erdoberfläche. Nun, man sieht sie auch ganz deutlich schon im Bild. So ein Pfeiler braucht natürlich wesentlich weniger Platz als eine Straße oder eine Schiene. Und man hat wesentlich geringere Baukosten, wie zum Beispiel für Straßenbau oder andere bisherige genutzte Transportmöglichkeiten. Die U-Bahn, Straßenbahn und so weiter. Und somit natürlich auch einen geringeren Verbrauch an Baumaterial. Zudem kommt auch die Sicherheit. Der eine Faktor ist einfach hier, wir haben das Thema Sicherheit, weil wir uns einfach nicht ebenerdig bewegen, sondern in der zweiten Ebene. Das heißt, die Kollisionsgefahr ist schon grundsätzlich hier ausgeschlossen, weil ja wir oben fahren und nicht unten wie eine Straßenbahn, die auch mit Autos kollidieren kann, mit Fußgängen kollidieren kann, mit Fahrrädern und so weiter. Dazu kommt natürlich durch diese niedrigeren Baukosten, haben wir auch einen wesentlich niedrigeren Transportpreis. Wozu auch noch gehört, dass hier relativ wenig Energie benötigt wird für die Fortbewegung. Auch das wirkt sich natürlich auf den Transportpreis aus. Man spricht ja ungefähr von der Hälfte der Kosten, die die üblichen Fahrzeuge derzeit benötigen. Diese Fahrzeuge können mit einer sehr hohen Geschwindigkeit sich fortbewegen, im Stadtverkehr bis 150 Stundenkilometern, außerhalb sogar Fluggeschwindigkeit, nämlich bis zu 500 Stundenkilometern. Und durch all diese Faktoren haben wir auch eine relativ kurze Amortisationszeit. Das ist einfach die Zeit, bis sich das Ganze refinanziert, nämlich man spricht von einer Amortisationszeit von drei bis fünf Jahren. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Topologieunabhängigkeit. Wenn man nicht weiß, was man darunter versteht, nun, das ist ganz einfach. Man kann mit dieser Bahn auch in die abgelegensten Winkel bauen. Das Ganze ist sehr gut integrierbar in alle möglichen Landschaften. Man braucht hier nicht große Erdhügel aufschütten. Man kann das einfach gut integrieren und einbauen. Das ist einer der wesentlichen Vorteile. Man kann sogar aufs Meer hinaus, über Berge drüber und so weiter. Hier im Bild sehen wir dann einige Transportfahrzeuge. Nämlich rechts unten im Bild, ich beginne immer gerne mit dem kleinsten, mit dem Leichtfahrzeug, dem Unibike. Dieses Unibike wird auch auf der Messe in Berlin gezeigt. Dieses Unibike kann mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern fahren. Das größte Modell davon erfasst bis zu fünf Personen und es wird bewegt von einer Distanz ab fünf Kilometern. Das Besondere ist, dass bei manchen Modellen die Möglichkeit besteht, dass man sich auch körperlich betätigt, nämlich hier mittreten kann. Wir werden noch ein paar Modelle sehen heute. Links im Bild sehen wir dann die Stadt- und Regionalbahn, den Unibus. Dieser Unibus, der wird auch, wenn alles klappt, in Berlin zu sehen sein. Er besteht aus drei Modulen, fast bis zu 100 Passagieren und wird eingesetzt hauptsächlich im Stadtverkehr, aber auch im Regionalverkehr, das heißt im Nahverkehr, zum Flughafen oder auf dem Flughafen, aber auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Der Unibus kann bis zu 150 Stundenkilometern zurücklegen und eine Distanz von bis zu 200 Kilometern zurücklegen. Und die Tageskapazität, die ist auch enorm, nämlich 25.000 Passagiere täglich. Das Interessante an diesem Modell ist auch, das wird irgendwie gesteuert, was weiß ich, über Lichtschranke. Und je nachdem ist eine hohe Verkehrsleistung erforderlich, das heißt im Berufsverkehr zum Beispiel, dann könnte er schon fast alle zwei Sekunden starten. Das Ganze wird individuell geregelt, je nachdem wie der Bedarf ist, desto häufiger fährt diese Bahn. Rechts oben im Bild sehen wir dann das Frachttransportsystem, nämlich den Unikar. Man sieht hier schon deutlich, wir brauchen hier keine Fenster, die Fracht möchte nicht aus dem Fenster sehen. Was kann hier mit transportiert werden? Einerseits natürlich Schüttgut, Flüssiggas, das ist auch ganz interessant, oder Erdöl zum Beispiel, auch Pipelines könnte man hier mit ersetzen. Stückgut, aber auch Spezialfracht. Das Interessante hier ist, man kann mit so einem einzigen Fahrzeug 10 LKWs ersetzen. Also schon sehr beachtlich, denn es hat eine Kapazität, eine Fassungskapazität von bis zu 20.000 Tonnen und eine Jahreskapazität bis zu 200 Millionen Tonnen. Also ist enorm. Wir könnten hier einige LKWs von der Straße wegbringen. Es kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometern. Und was auch interessant ist, man kann einfach im Gegensatz, wenn man zum Beispiel das nützt anstelle von Pipelines, das einfach in zwei Richtungen bewegt. Also nicht nur in eine Richtung, sondern es kann ja auch wieder zurückfahren. Und es fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern. Ich spreche immer von bis zu, es kommt natürlich auch darauf an, wo es sich bewegt. Und hier kommen wir noch einmal zum Thema Sicherheit. Und zwar, wir haben ja schon gehört, ein wichtiger Faktor ist, das kann man hier gut sehen, Moment, hier, es bewegt sich auf der zweiten Ebene, somit schließen wir schon mal die Kollisionsgefahr aus, aber es hat noch zudem einen weiteren Faktor, nämlich hier dieses Sicherheitssystem. Natürlich, bei diesen hohen Geschwindigkeiten, da wird einem schon etwas mulmig, wenn man sagt, das bewegt sich in dieser Höhe. Und genau aus diesem Grunde haben wir hier natürlich ein Spezialrad, das kann man hier deutlich sehen. Und dieses Spezialrad wird noch seitlich abgesichert mit diesem Anti-Entgleis-System. Das heißt, hier dieses Rad fährt seitlich mit und stützt das Ganze natürlich. Wir sehen hier schon einen Querschnitt von der Stringschiene, die werden wir uns gleich noch einmal genauer ansehen. Hier noch im Bild sehen wir ein Hängemodell in der Stadt. Hier kann man zusteigen, sehr deutlich erkennbar. Und hier eine Hochbahn. Und hier auf dieser Folie befassen wir uns noch einmal mit dieser faszinierenden Skyway-Technologie, nämlich mit der Basis der innovativen Stringschiene. Schiene, ja. Also wie gesagt, keine Analogie mit irgendeiner Seilbahn, denn es ist eine Schiene. Wir fahren hier auf einem Schienensystem. Hier oben ist eben diese Stahlkopfschiene und das Ganze sitzt auch auf dem Schienengehäuse. Und im Schienengehäuse sehen wir hier in der Mitte dieses Bündel von vorgespannten Stahlträhten, den String. Und dieser wird gehalten oder umfasst von dem Befestigungselement, das eben seitlich hier an diesem Schienengehäuse befestigt wird. Und zur Stabilisation haben wir hier noch dieses Füllmaterial, das ist ein Spezialbeton. Also hier sieht man schon ganz deutlich, das hat nichts zu tun mit einer Seilbahn. Aber eine gewisse Ähnlichkeit, wir haben hier verschiedene Stringschienensysteme. Und zwar hier rechts im Bild haben wir die flexible schnittfreie Stringschienenstruktur. Das hat ein bisschen eine Ähnlichkeit, zumindest oberflächlich gesehen, mit einer Seilbahn. Es kommt immer darauf an, wo es eben eingesetzt werden muss. Hier kann man bis zu 150 kmh fahren an dieser Schiene. Ähnlich von der Geschwindigkeit ist es im mittleren Fall, hier bis bei dieser Halbstahlschnittfreien Stringschienenstruktur. Hier kann man auch bis zu 150 kmh fahren. Und wenn man hier ein Bild sich das genauer anschaut, das ähnelt hier einer Hängebrücke. Werden wir gleich nochmal genauer sehen, wann man hier das einsetzen kann. Und hier haben wir, wie gesagt, diese halbstarre Konstruktion. Auch hier nur 150 kmh. Hier ist es auch nochmal deutlich zu sehen, es kommt eben immer auf das Einsatzgebiet drauf an. Und unten finden wir dann die starre Konstruktion. Die wird natürlich bei Überlandfahrten, bei Schnellgeschwindigkeit genutzt. Diese starre Konstruktion. Hier kann man bis zu 500 kmh zurücklegen. Wir sehen hier auch nochmal eine Hochbahnschiene. Und hier unten nochmal eine Befestigung für eine Hängebahn. Was auch ganz spannend oder interessant ist zum Thema Energiesparung. Energie oder eben die Kosteneinsparung dadurch, dass man relativ wenig Energie benötigt. Das ist ganz deutlich hier in dieser Formel erkennbar. Nämlich 5000 kg oder 5 Tonnen. Wenn man die mit 450 kmh vorwärts bewegt, mit einer bisher bekannten Pneumatik-Technologie. Das ist nichts anderes als die Reifentechnologie, die zum Beispiel beim LKW oder beim PKW verwendet wird. Mein LKW fährt keine 450, PKWs sind es auch nicht so sehr viele. Aber würde man diese 5 Tonnen mit einer Reifentechnologie vorwärts bewegen, müsste man 1100 kW Energie aufbringen. Mit dieser Technik braucht man gerade mal 9,2 Kilowatt. Also ein Vielfaches weniger. Also ein Tausendfaches weniger, wenn man es genau nimmt. Und dadurch kann man sich natürlich ausrechnen, was man an Energie schon mal einsparen kann. Das hängt einfach auch zusammen, weil man relativ wenig Reibungswiderstand hier auch hat. Und hier dieses Modell finde ich auch ganz spannend. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich faszinierend. Wir haben hier ein Modell, man sieht es hier schon im Wasser, steht das Ganze. Hier sind zwei Türme. Die Distanz dazwischen ist gerade mal ein Kilometer, also 1000 Meter. Und hier nutzt man die Schwerkraft aus. Nämlich gibt es die Möglichkeit bei den Skyway Transportfahrzeugen, diese Gravitationsmotortechnik zu nutzen. Einerseits nutzt man die Schwerkraft aus, indem man einfach die Fahrzeuge mit Hilfe der Schwerkraft nach unten, hier haben wir das Hängebrückenmodell, fahren lässt bis zur Mitte, ohne dass man den Motor braucht. Und nach oben nutzt man die Schwerkraft, die dagegen wirkt, aus, durch die Gravitationsmotorbremse. Denn die Schwerkraft wirkt ja hier dagegen. Und dadurch kann man natürlich schon enorm viel Energie einsparen. Denn auch zum Bremsen braucht man Energie. Also ich finde das Modell hier ganz, ganz spannend. Hier haben wir nochmal einen Querschnitt vom Rad, wer sich hierfür interessiert, wie das so im Einzelnen aussieht. Hier haben wir ein Transportfahrzeug, das mit Stückgut beladen wird, eben wie diesen Gabelstapler. Hier haben wir ein Hängemodell, das mit Schüttgut, zum Beispiel mit Kohlen hier, beladen wird. Hier eine Hochbahn, man sieht es hier ganz deutlich, Moment. Hier oben wird es mit Schüttgut von oben beladen und zwar funktioniert das während der Fahrt. Und hier haben wir nochmal unsere Spaßfahrzeuge, so nenne ich sie immer, die Unibikes. Unibikes sind tatsächlich dazu gedacht, dass man einfach die Merkmale Sport und Entertainments verbindet mit Transport. Wir haben schon einige, die haben sich schon ein Späßchen draus gemacht, die sagen nämlich hier besonders, diese hier sind ohne Tretmöglichkeit und diese hier mit Tretmöglichkeit für die Sportlichen unter uns. Einige haben sich schon einen Spaß draus gemacht und haben gesagt, okay, wenn ich aber jetzt sportlicher bin wie der andere, kann ich dann auch überholen, wie ist es denn, ich habe doch nur eine Schiene. Nun, es kann sein, dass es auch verschiedene Schienen haben, aber ich glaube kaum, denn die werden natürlich mit Elektromotoren mit unterstützt, dass man mit reiner Tretleistung auch als sehr sportlicher Mensch schneller wie 120 dieses Fahrzeug fortbewegt. Der Spaßfaktor liegt einfach darin, dass man hier einfach die sportliche Betätigung mit integriert hat, wenn man das möchte. Und jetzt kommen wir zum Hauptprojekt. Dieses Hauptprojekt ist derzeit das Projekt, mit dem diese Investorengelder, die jetzt gesammelt werden, finanziert werden. Dieses Hauptprojekt hat eine ganz wichtige Funktion, denn ohne diesen Ökopark, so nennt sich das, könnte man diese Technologie niemandem zeigen. Was heißt das? Wenn ich mir ein Auto kaufe, das jetzt neu rausgekommen ist, ich sehe das vielleicht in der Werbung, dann werde ich auch nicht sagen, ich kaufe mir, weil mir das Auto in der Werbung gefällt, sondern werde ich zum Händler fahren und werde sagen, okay, das Auto gefällt mir, wie sieht es aus, kann ich das mal Probe fahren, kann ich mal Probesitzen, kann ich mir das mal alles genau zeigen lassen. Und erst wenn ich dann sage, okay, ich bin begeistert, das passt mir, dann kaufe ich mir dieses Auto. Und ähnlich ist es natürlich auch mit dieser Transporttechnologie. Nur, dass wir hier nicht von einzelnen Privatpersonen sprechen, sondern wir sprechen hier von Ländern oder von Regierungen, die zum Beispiel interessiert sind, diese Technologie in ihrem Land mit zu integrieren. Oder von Privatinvestoren in größerem Maße, die sagen, ich baue jetzt hier in unserem Land diese Technologie auf eigene Kost. Und die möchten natürlich auch erst mal sehen, wie funktioniert das, ist das auch wirklich so, wie es erzählt wird und so weiter. Und in diesem Ökopark wird das Ganze dann eben gezeigt. Wir sehen hier hinten diese Transporttrasse. Hier wird im hinteren Bereich dann gezeigt, wie wird das Beladen bzw. Entladen funktionieren und dann, wie bewegt sich das vorwärts natürlich. Dann in der Mitte sehen wir dieses Modell eingebaut. Hier sieht man ganz deutlich diese Hängebrückenversion. Hier kann sich zum Beispiel die Stadt- und Regionalbahn bewegen zum Vorzeichen. Man sieht ja auch ganz deutlich noch, da hinten sind so Kurvenelemente, hier auch, denn diese Bahn fährt natürlich hauptsächlich geradeaus. Möchtet sie aber in Kurve, dann brauchen wir diese Elemente. Ohne diese Elemente geht dann nichts. Wie gesagt, hier wird natürlich demonstriert, wie das mit dieser Gravitationsmotortechnik funktioniert. Hier dieses Haus wird die ganzen Modelle, diese kleinen Modelle, man hat das Ganze ja auch in Miniaturausführung vorgezeigt. Oder man kann sich das, kann sich hier drin, ich sage nähere Sachen ansehen. Es soll auch später dann als Museum dienen. Und hier vorne, das ist die Haupttrasse, nämlich diese Trasse dient dazu eben für diese Schnellbahn. Also, diese Trasse ist ungefähr 15 oder 16 Kilometer lang, also ein bisschen weiter wie 15. Ursprünglich war sie geplant mit 30 Kilometern. Warum muss die so lang sein? Ganz einfach, wenn ich 500 Kilometer das Ganze fortbewegen will, dann brauche ich schon etwas Anfahrtszeit und ich brauche auch Bremswege. Und das kann ich nicht auf einem Kilometer demonstrieren, das geht gar nicht. Und deswegen hat man ursprünglich im Businessplan das Ganze mit 30 Kilometern festgelegt. Allerdings hat man während der Bauphase im Konstruktionsbüro sich weiterentwickelt und diese Gravitationsmotorbremse mit eingebaut. Und dank dieser Gravitationsmotorbremstechnologie konnte man diese Trasse bis um genau 15 Kilometern, knapp 15 Kilometern verkürzen. Was natürlich einen erheblichen finanziellen Vorteil bringt. Dieser Technopark wurde ursprünglich veranschlagt mit 300 Millionen US-Dollar. Und allein durch diese Trasse hat man natürlich sehr viel einsparen können, weil ein Kilometer liegt bei zweieinhalb bis dreieinhalb Millionen US-Dollar. Wenn man das Ganze mal 15 rechnet, dann kann man sich ausrechnen, das ist einiges, was hier gespart wurde. Es gibt noch weitere Faktoren, wo man bereits eingespart hat. Die Start-up bis zum jetzigen Stand sind ungefähr 40 bis 45 Prozent, die man an Kosten schon einsparen konnte, nur weil man ständig weiterentwickelt. Normalerweise ist es ja genau umgekehrt. Man hat einen Plan, das heißt so und so viel wird es kosten und meistens wird es teurer. Interessanterweise ist es hier genau umgekehrt. Was auch noch wichtig ist zu diesem Ökopark, also er dient nicht nur der Präsentation, sondern auch der Zertifizierung. Wer schon den Begriff mal gehört hat, Zertifizierung ist nichts anderes, als dass hier genau festgelegt wird, wie das Ganze funktioniert. Man muss hier alles genau aufschreiben und nachweisen können. Und durch diese Zertifizierung wird dann auch der Wert der ganzen Sache gesteigert. Ich habe sowas schon mal miterlebt bei der Deutschen Telekom, die wurde auch zertifiziert. Das ist ein ziemlicher Aufwand, jeder Papierkrümel muss hier genau gelistet werden. Und eben zu diesem Zweck dient auch dieser Öko-Technopark und eben der Wertsteigerung der Technologie. Wir sehen hier auch rechts im Bild nochmal eine Hochbahn, hier zwei Hängemodelle der Transportbahn und hier nochmal ein Hängemodell des, ich würde mal sagen Unibüses, dürften beides Unibüse mit diesen drei Modulen. Hier sieht man auch ganz deutlich diese drei Module, aus denen der Unibüs besteht. Wo steht dieser Ökopark? In Mariana Horka und zwar das in der Nähe von Minsk in Weißrussland. Warum hat man diesen Standort gewählt? Ganz einfach, dort ist alles, was wissenschaftlich interessant ist, was Rang und Namen hat, sehr stark vertreten. Und es ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden, was natürlich auch eine wichtige Funktion ist, weil wenn man es sich ansehen möchte, dann muss es auch gut erreichbar sein. Das zum Thema Öko-Technopark. Und in diesen Öko-Technopark fließen derzeit in dieser Phase die Gelder. Hier haben wir ein wichtiges Dokument, das diese Technologie wirklich endlich in die Ausführung bringt. Nämlich hat Anatoly Junitsky 15 Jahre gekämpft, um dieses Dokument zu erhalten. Nämlich die Anerkennung seiner Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie. Er hat hier einige Stunden vor dem Verkehrsministerium in Russland referiert und dadurch endlich eben diese Anerkennung bekommen. Und somit den Startschuss, dass es umgesetzt wird in die Realität. Und zwar zum Pilotprojekt in Russland. Was aber auch ganz besonders für uns im Westen wichtig ist, denn viele sagen, naja, wenn in Russland das umgesetzt wird, heißt das noch lang nicht, dass es im Westen auch passiert. Das ist hier dieses Projekt in Australien. Und zwar haben wir eine ganz interessante Persönlichkeit, unseren Rod Huck. Rod Huck war bis vor zwei oder drei Jahren Verkehrsminister in Australien. Er ist aber außerdem noch Transportunternehmer. Das heißt, er kennt sich mit dieser Materie komplett aus. Dieser Rod Huck wurde von einer Investorin, die aus Weißrussland stammt, aber in seinem Heimatort lebt, ständig bearbeitet. Und ob er sich denn nicht für diese Technologie mal interessiert, ob er sich das nicht näher ansehen will. Ungefähr ein halbes Jahr hat sie schon gebraucht, die Dame. Und der Dame haben wir sehr viel zu verdanken, denn letztes Jahr hat er sich dann endgültig entschieden, dass er nach Weißrussland reist und sich dort vor Ort persönlich überzeugt von dieser Technologie. Das End vom Lied war, wie es in Bayern so schön heißt, er war so begeistert von dieser Technologie, dass er in Australien jetzt eine Tochtergesellschaft gegründet hat, dass er dort auch einen eigenen Ökotechnopark baut und hier dieses Projekt, das wir hier links im Bild sehen, als erstes angehen wird. Nämlich, hier handelt es sich um die Universität in Flinders. Diese Universität in Flinders hat so ein paar Herausforderungen. Die schauen wir uns jetzt auf der nächsten Seite an. Und zwar, diese Universität steht hier und hier drüben ist der Campus. So, hier haben wir eine Straße und hier haben wir auch eine Straße und die hört hier auf. Warum hört sie auf? Weil sie ist sehr bergig. Nämlich, wir müssen hier auf 50 Meter Höhe raus. Und das ist mit einer normalen Straße so gut wie nicht möglich oder wäre einfach fast, ich würde sagen, einfach zu teuer. Aber es ist natürlich ideal mit dieser Skyway-Bahn, die natürlich auch schon eine Herausforderung hat, denn 50 Meter Höhe ist ja auch keine Kleinigkeit. Aber man wird hier über einen Kilometer diese Bahn bauen als allererstes Projekt. Ursprünglich war es geplant, dass es jetzt schon startet. Allerdings verzögert sich das Ganze im Moment etwas. Warum? Rod Hook hat ziemlich viel für Birbirg gesorgt in Australien. Er ist ständig unterwegs von, ich sage jetzt mal, einer Stadt zur anderen und promotet diese Technologie, die auch mit sehr viel Begeisterung aufgenommen wird. Rundfunk, Fernsehen, auch die Zeitungen schreiben da schon recht eifrig drüber. Und so hat man sich jetzt letztendlich auch noch entschlossen, hier ein großes Parkhaus, ich weiß jetzt nicht genau, kann es sein, sogar mit Wohnungen zu integrieren. Und so eine Konstellation muss natürlich erst genehmigt werden. Und deshalb verzögert sich das Ganze jetzt wahrscheinlich um bis zu einem Jahr. In Australien haben wir Gott sei Dank nicht so scharfe Kriterien wie jetzt bei uns. Und deshalb wird dort einfach die ganze Technologie am schnellsten voranschreiten. Hier hinten, was noch interessant ist, wird dann die Bahn wieder nach dem Berg an die öffentlichen Verkehrsmittel angrenzen. Das nur zu dem Thema, was in Australien hier passiert. Hier sieht man zum Beispiel Daily Telegraph, hat man auch natürlich darüber berichtet. Aber es gibt auch weitere Zeitungen, zum Beispiel der Advertiser. Dort hat Rundfunk auch ein Interview gegeben und natürlich auch von seiner Begeisterung zu diesem Projekt gesprochen. In Ünli zum Beispiel hat er vor dem Stadtrat gesagt, die wollten die Straßenbahnen ausbauen, dass es doch viel interessanter ist, hier diese Technologie einzubauen, die billiger ist, die besser integriert werden könnte und so weiter. Also er ist sehr eifrig daran, hier das Ganze voranzutreiben und für diese Technologie sicherlich ein ganz großer Vorreiter. Er ist übrigens auch geplant, dass er in Berlin dabei sein wird. Da komme ich gleich noch dazu. Berlin, auch ein ganz wichtiger Meilenstein für diese Technologie. Berlin wird die ersten Fahrzeuge, nämlich den Unibus und das Unibike zeigen. Denn dort wird Skyway auf der InnoTrans 2016 vor Ort sein. Und am 23. Ich komme gleich noch dazu, wird sogar Anatoly Junitzki persönlich eine Kurzpräsentation halten. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der sich irgendwie dafür interessiert. Fahren Sie dorthin, schauen Sie sich das an. Diese InnoTrans ist eine wichtige Messe in Transportwesen. Das heißt, hier werden neue Transportsysteme vorgestellt und für die nächsten Jahrzehnte wird hier in vielerlei Richtung der Meilenstein gelegt. Und das natürlich auch für Skyway. Wie gesagt, sie findet statt vom 20. bis 23. September. Der wichtigste Tag für uns, wenn einer nur einen Tag dort vor Ort sein kann, ist der 23. September. In dem Planung ist auch noch die Konferenz am Samstag nach der Messe, am 24. September. Und zwar wird dort von Skyway Capital eine Veranstaltung sein. Denn dort wird alles erzählt, was so auf der Messe passiert ist. Und wir werden hier ein paar ganz interessante Gäste haben. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Melden Sie sich an. Erstmal wird ab 1.9. die Gebühr, der Eintritt teurer. Und zweitens mal, man muss natürlich hier auch planen. Melden Sie sich an, kommen Sie nach Berlin. Das wird mit Sicherheit ein ganz besonderes Erlebnis. Ich persönlich werde natürlich dort sein. Und geplant für diese Veranstaltung sind natürlich Anatoly Junitzki. Ganz klar, ohne ihn geht gar nichts. Dann auch Rotthuk. Das ist ja eine ganz besondere Besonderheit. Und natürlich zwei ganz wichtige Personen von Skyway Capital. Viktor Baburin und Sergej Sibir-Jakow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Russisch, damit habe ich es noch nicht so besonnen. So, wie gesagt, das wird es sein am 24.9. Melden Sie sich an. Wir haben auch die Links, wo man sich registrieren kann. Es kommt immer wieder die Frage, ich komme nur auf Dollar. Es gibt Links, wo man auch mit Euro bezahlen kann. Das nur nebenbei. Wir werden die gerne in den Chats weitergeben. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einem wichtigen Aspekt. Warum ist es interessant für uns bei Skyway Investor zu sein? Aber bevor ich das Ganze erkläre, möchte ich noch etwas ganz Wichtiges sagen. Alles, was ich jetzt erkläre, sind Prognosen und keine Versprechungen. Das kann ich nicht, das kann man nirgends. Aber ich möchte das einfach hier ganz klar nochmal mitteilen. Wir können keine Zusicherungen und Ergebnisprognosen machen. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Gewinn- oder Einkommensbeispiele sowie Prognosen auf mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Erwerb von Anteilen auftreten können, lediglich Schätzungen sind und variieren. Es gibt keine Sicherheit und Gewährleistung. Die können wir nicht geben, die kann man nie geben bei einem Startup-Unternehmen. Aber natürlich gibt es Prognosen hierzu. Gut, wie sieht es aus mit der Rentabilität von Skyway? Warum ist es interessant, dass wir hier investieren können, sollten, wollen, je nachdem? Natürlich, da gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist die profitable Investitionsfinanzierung. Was heißt das? Wir kaufen Firmenanteile mit einem erheblichen Preisnachlauf. Der ist im Moment wirklich erheblich. Wir bewegen uns im Moment im Cent-Bereich. Oder drunter eigentlich, genau genau. Und sobald das Unternehmen auf dem Aktienmarkt dann eingeführt wird, profitieren wir natürlich von der Unternehmenskapitalisierung. Was nichts anderes heißt, je mehr Kapital das Unternehmen hat, desto mehr steigt natürlich der Wert der Anteil. Wenn es dann an die offizielle Börse geht, die Planung ist natürlich da, aber das wird erst passieren, wenn die Gewinne einfach absehbar sind, damit er einfach hier nicht zum Einbruch kommt, dann profitieren wir natürlich auch von Dividenden. Wer nicht weiß, was Dividenden sind, der noch nicht mit Aktien gehandelt hat, das ist nichts anderes, wenn man eine Aktie hat und das Unternehmen schüttet jedes Jahr an, aufgrund der Gewinne, dass es erwirtschaftet, sogenannte Dividenden aus. Und wenn ich natürlich sehr viele Aktien habe, dann habe ich natürlich entsprechend hohe Dividenden. Und wenn ich sehr viele habe, dann lebe ich wahrscheinlich von den Dividenden. Aber dazu müssen wir erst an der offiziellen Börse sein. Im Moment handelt es sich um eine geschlossene Aktiengesellschaft. Deshalb spreche ich auch immer nicht von Aktien, sondern von Anteilen. Zum Thema geistiges Eigentum, damit ist natürlich gemeint, dass die Firma oder das Skyway, das Unitskeep, die Patente hat. Und diese Patente wurden auf einen Marktwert von 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und zwar von externen. Nicht von irgendeinem Internet, sondern von externen Experten meines Wissens in England. Und zum Thema Kooperationsperspektive, klar, es ist natürlich wichtig, wenn man so eine Technologie weiter vermarkten will, dass man auch eine Kooperationsperspektive hat. Das heißt, dass man Länder hat, die mit uns Verträge abschließen. Und diese ist hier extrem gut. Denn die interessierten Länder, die sind schon bei 100 oder 120. Die einfach sagen, okay, das interessiert uns, das ist eine umweltfreundliche, günstige Baumöglichkeit. Das ganze System interessiert uns. Und so wird natürlich hier ein Land nach dem anderen dazukommen. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, das ist klar. Sowas ist ja auch ein Weltprojekt. Zum Thema Firmenanteile. Wenn eine Firma Aktien rausgibt, auch wenn es hier in dem Fall noch Anteile sind, die sind ja noch nicht an der Börse, dann gibt die Firma natürlich nicht das ganze Kapital raus. Sondern es wurde hier festgelegt, dass 15% des Schätzwertes der Technologie an Anteilen verkauft werden darf. Und das sind hier diese 60 Milliarden und noch was. Ich nenne jetzt nur den abgerundeten Betrag, nämlich die 60 Milliarden Anteile. Das sind ungefähr 15% des Schätzwertes. Und das für uns noch interessant ist, ein Anteil, der ja momentan nicht mal einen Cent kostet, wurde aber hier festgelegt mit einem US-Dollar. Warum ist das so wichtig? Weil einfach ein US-Dollar, wenn bis der erreicht ist, diese Gewinnspanne bis zum US-Dollar, dann ist das Ganze steuerfrei, wenn es ansteigt. Da komme ich nochmal dazu, so dass man schon mal gehört hat. Also hier 60 Milliarden Anteile mit einem festgelegten Wert von einem Dollar. Hier habe ich die Zertifikate, wie sie aussehen. Wenn man sich Anteile kauft, bekommt man am Anfang von Skyway Capital dieses blaue Zertifikat. Und einmal im Monat werden diese Anteile eingetragen bei der Firma Eurasian Skyway System Limited. Und dann bekommt man als Endprodukt dieses braune Zertifikat. Dann steht hier drüber, rot, cancel. Nicht erschrecken, wenn es bei jemandem steht. Das heißt einfach nur, dass dieses Zertifikat unmöglich ist, weil dies bereits ausgeführt ist. Dann kann man dieses Zertifikat auch von der Firma anfordern. Muss man nicht. Man kann es sich senden lassen. Das kostet aber dann 10 Dollar für den ganzen Aufbau. Wichtig ist aber ganz besonders dieses Extrakt. Dieses Extrakt beinhaltet all Ihre Zertifikate mit all Ihren persönlichen Daten. Und dieses Extrakt findet man dann, auch wenn man schon bereits dabei ist, unter den Zertifikaten. Da ist so ein blauer Link. Da klickt man drauf und dann findet man dieses Zertifikat. Wir werden auch für die, die schon dabei sind, einen Workshop halten. Da werde ich das nochmal detailliert zeigen. So. Wenn ich aber jetzt sage, ich kenne mich noch nicht aus. Ich möchte, ich interessiere mich für dieses Projekt. Was ist denn, wenn ich hier investiere? Wo fließt denn mein Geld hin? Also wir nehmen hier als Beispiel diese 200 Dollar Investition. Das Ganze ist überunterschiedlich, je nachdem, wie viel ich investiere, unterscheidet sich das. Aber bei 200 Dollar wäre es so, diese 200 Dollar, die ich investiere als Privatinvestor, fließen im deutschsprachigen Bereich in die Skyway Capital. Es gibt neben der Skyway Capital noch zwei weitere Sammelstellen. Das ist die RSV System und die Skyway Invest Group. Alle drei Stellen sammeln weltweit eben Gelder für diese Transporttechnologie. Und das Ganze ist wie ein Crowdfunding aufgebaut. Das heißt, Privatinvestoren investieren, bieten das Geld und wachsen dann eben, wenn das Unternehmen sich weiterentwickelt. Diese Gelder fließen dann oder kommen dann zur Global Transport Investment Incorporation. Was ist diese GTI? Diese GTI ist nichts anderes als die ausführende Kraft, die Exekutive. Nämlich, wir sehen hier unten schon die Planer ZAO, die Abkürzung für das russische Wort für Konstruktionsbüro für Stringtechnologie. Hier haben wir die ganzen Ingenieure, klugen Leute, die das Ganze ständig weiterentwickeln. Die müssen natürlich auch bezahlt werden, ist klar, aber derzeit fließen die Gelder natürlich ganz besonders, wie ich heute schon erklärt habe, in diesen Ökotechnopark, der sehr wichtig ist, damit das Ganze natürlich auch verwirklicht wird. Und zwar in das Projekt und den Businessplan wurde bezahlt damit, die Baugenehmigung, Erwerb des Grundstücks und so weiter. Ökotechnopark, wir stehen kurz vor der Fertigstellung. Und in dieser Phase, es gibt verschiedene Phasen, wo Geld gesammelt werden, fließen eben diese hier rein. Es sind hier viele Begriffe, deshalb wiederhole ich das manchmal immer wieder. Also wir haben gehört, wer das Geld sammelt, wir haben gehört, wer das Geld ausgibt, aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn ich jetzt 200 Dollar investiere, wer gibt mir jetzt eine Garantie dafür? Und das ist natürlich Unisky mit seinen Patenten, mit seinen Patenten, die Unisky Corporation. Er hält die Patente für die Technologie und er dient auch als Garantiegeber. Da er aber die ganzen Aktien, diese ganzen Zertifikate nicht selber, kein eigenes Büro hat, braucht er jemanden, der das Ganze drumherum abwickelt. Und hierzu hat er einen Vertrag geschlossen mit der Euresin Rail Skyway System Holding. Diese Holding kümmert sich praktisch um die Ausstellung der Aktien, um den Verkauf und was sonst noch alles nachkommt. Und von denen bekommen wir dann auch braune Zertifikate. Wenn es hier eingetragen ist, dann ist es so, dass das blaue eben gecantelt wird. Also wie gesagt, diese beiden eigentlich in Kombination sind diejenigen, die die Aktien uns als Bandschein geben. So bin ich früher der Investor gewesen und danach eben der Aktionär. Aber wir sprechen im Moment noch von einer geschlossenen Aktienversicherung. Und bei dem Beispiel mit 200 US-Dollar würde ich zum Beispiel 20.000 dieser Anteile oder Aktien bekommen. Hier nochmal, ich investiere 200 Dollar. Hier haben wir einen Discount von 1 zu 100. Jetzt kommt das erste Mal ein Begriff, den ich noch nicht erwähnt habe. Das heißt nichts anderes, 1 Dollar bekomme ich 100 Anteile. Deshalb 200 Dollar, 20.000 Aktien. Und dieses Zertifikat bekomme ich eben dann vom Garantiegeber mit der Holding von der Eurasian Trail Skyway System. Damit bin ich dann der Aktionär. Das habe ich heute auch schon mal erwähnt. Die Aktie ist zwar jetzt im Moment, in dem Beispiel wäre es genau 1 Cent, bei den meisten ist es aber weit drunter noch. Das Ganze ist festgelegt, dass es, wenn es bis zu einem Dollar an Wert ansteigt, dann ist das Ganze steuerfrei. Das ist natürlich für uns besonders interessant. Weil wenn ich nämlich das Ganze hier, zum Beispiel die Aktie wächst dann bis zu einem Dollar, dann hätte ich hier mit 200 Dollar einen Reingewinn steuerfrei von 19.800. Wenn ich natürlich die Aktie oder diesen Anteil noch günstiger einkaufe, vielen Paketen bis zu einem Haltencent oder sogar noch drunter, dann wird der Gewinn entsprechend höher. So, und jetzt haben wir hier noch eine wichtige Sache. Bei einem Start-up-Unternehmen ist es normalerweise so, es dauert drei bis fünf Jahre, bis das Ganze lukrativ wird und zum Tragen kommt. Und so lange muss ich damit rechnen, dass mein Geld noch nicht, ja, dass ich da nicht rankomme oder es auch nicht verkaufen kann. Anders aber hier, wir stehen ja hier erst einmal kurz vor der Vollendung, das heißt, dass das Ganze losgeht. Und in Planung ist, dass bereits nächstes Jahr ein interner Handel kommen soll. Ich spreche von in Planung, das sind die Prognosen. Ich kann es Ihnen nicht garantieren, aber Herr Maslow hat das eben im ersten Webinar so gesprochen. Es ist bereits für nächstes Jahr geplant, dass man intern, zum Beispiel von Privat zu Privat, die Aktien weiterverkaufen kann, oder dass die Firma versucht, von uns Privatinvestoren wieder Aktien zurückzukaufen. Also Aktieanteile, ich vermische das immer etwas, aber im Prinzip diese Panschein. So, wenn ich jetzt an dieser Technologie Anteil haben möchte, wenn ich an diesen Gewinnflugnoten Anteil haben möchte, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, Anteile zu erwerben. Und die interessantesten sind hier diese Ratenzahlungspakete. Natürlich hat jeder, der hier vielleicht bei diesem Webinar dabei ist, irgendeinen Ansprechpartner, der ihn eingeladen hat. Wenn nicht, dann wird sich das irgendwie ergeben. Aber Fakt ist, jeder, der seinen Ansprechpartner hat, der soll ihn auch dazu befragen. Ich erkläre nur ganz kurz mal hier, was das bedeutet. Das hier oben sind sogenannte Kinderpakete. Das sind Pakete, die für Kinder abgeschlossen werden können bis 18 Jahre. Die sind ja noch nicht geschäftsfähig, aber ich könnte denen jetzt zum Beispiel eine Ausbildungsversicherung oder eine Aussteuerversicherung damit finanzieren. Das heißt, ich bin der Investor. Ich habe das zum Beispiel das linke gemacht für meine Jüngste, die ist 10 Jahre. Dieses Paket haben wir hier geordert. Und sie kann erst mit 18 diese Aktien verkaufen. Ich als Investor halte dieses Aktienpaket, solange ich verwalte es. Und mit 18 kann sie es verkaufen. Ich kann dieses Paket nicht vorzeitig verkaufen. Man kennt Ähnliches zum Beispiel von einer Ausbildungsversicherung. Auch da kann nur das Kind darüber verfügen. Also das wurde auf Wunsch von vielen Eltern, Großeltern, wurde das geschaffen. Und das Gleiche gibt es natürlich noch in größerer Ausführung. Das nennt sich dann Statement. Hier wird auch das Kind in einem eigenen Zertifikat eingetragen. Und der Investor bekommt auch seinen eigenen Antrag, den er unterschreiben muss. Dann haben wir hier die normalen Investorenpakete. Im kleineren bis in den größeren Bereich. Hier die oberen sind zum Beispiel, wenn ich monatlich 25 Dollar investiere, insgesamt wären es hier 250. Hier haben wir monatlich 50, hier monatlich 100 und hier monatlich 200. Und wenn ich jeweils eine Doppelrate zahle, am besten am Anfang gleich, dann bekomme ich noch Zusatzshare. Dann würde ich hier zum Beispiel 35.250 bekommen, bis hinten bis zu 549.000. Je nach Paket. Gibt es immer die Zusatzshare hier noch dazu. Das steht hier. Das kann man sich dann im Einzelnen noch mal erklären lassen, wenn man hier dazu kommt. Hier haben wir natürlich noch größere Paketmöglichkeiten, zum Beispiel 5.000, 10.000 und so weiter. Je nach Geldbeutel. Und hier gibt es noch ein interessantes Paket, die für diejenigen, die jetzt bereit sind, 1.000 Dollar investieren möchten, nämlich dieses Innotrans-Paket. Bei diesem ersten hier bekommt man noch den Eintritt für die Messe und für den Tag danach von Skyway Capital rückerstattet. Man muss jetzt zwar momentan diesen Eintritt selbst bestellen und ordern, aber man bekommt es dann noch rückerstattet. Würde man zum Beispiel noch mal 1.000 investieren, dann würde man zwar diese Karte nicht mehr bekommen, aber noch mal 35.000 Aktien oder Anteile zusätzlich. Und hier beim dritten wieder mehr und beim vierten wieder mehr. Also das ist nicht so, dass man hier diese alle vier ordern muss, aber wenn man sagt, okay, ich möchte dieses erst, ach, jetzt habe ich noch ein Tausender, ich möchte hier höher einsteigen, dann kann man natürlich hier entsprechend mehr ordern. Und hier unten, das sind auch noch mal größere Pakete, auf die ich aber jetzt nicht im Einzelnen eingehe, weil das für die meisten doch zu hoch ist. So, und hier haben wir die einzelnen Etappen, was bei dieser Technologie so passiert. In der ersten Etappe nehme ich von 1968 oder 67, wenn man es genau nimmt, bis 2014 hat Unity einfach diese Technologie entwickelt. Und dann hätte man ihm natürlich angeboten, ihm diese Technologie abzukaufen. Das, was die Käufer vorhatten, das hat ihm aber nicht so gefallen. Und so hat man sich eben entschieden, diese Technologie auch in Form von Crowdfunding voranzutreiben. Und zwar Crowdfunding natürlich in einer ganz großen Art. Und dann hat man 2014 angefangen, Gelder zu sammeln von Privatinvestoren. Und von 2014 bis 2015 hat man mit diesen Geldern das Design entwickelt. Von 2015 bis 2016 startete man mit den Geldern das Bauvorhaben. Und zwar im Juli 2016 den Öko-Technopark. Der soll jetzt im Spätherbst, wir werden heute noch ein bisschen was dazu hören, fertiggestellt werden. Und dann geht es in die Zertifizierung. Und im nächsten Jahr geht es dann in die Markteinführung. Und hier in dieser Phase werden, wir sind jetzt in der Phase 7, haben wir eben Aktien, die vergeben werden. Und zwar 7 Milliarden US-Dollar. Hier nicht irritiert sein, wir sprechen hier immer eine Aktie 1 Dollar wert. Aber das ist sie im Moment noch nicht. Aber 7 Milliarden Anteile oder Aktien werden derzeit in dieser Phase verkauft. Und das kann jetzt Ende August bis September ungefähr, ist diese Phase dann beendet. Und das wird eben verwendet für den Öko-Technopark. Und danach werden natürlich entsprechend andere Sachen finanziert damit. So, hier nochmal die Zusammenfassung, was ist in den letzten Jahren passiert. 5. August bis Dezember 2015 hat man insgesamt 5 Milliarden Anteile ausgegeben mit einem Discount von 1 zu 200 bis 1 zu 640. Heißt das wieder, nochmal zurück, 1 Dollar 200 Anteile bis 1 Dollar 640 Anteile. Das bezieht sich immer auf die Pakete. Es gibt auch kleinere Beträge, aber bei den Paketen sah es so aus. So, im Dezember 2015 bis Mai 2016 hat man 6 Milliarden Anteile vergeben und zwar mit einem Discount von 150 bis 1 zu 500. Und ab April, Achtung, hier übergreifen, das ist einfach, weil die Projekte übergreifen sind. Von April bis August 2016 ist es so, dass 7 Milliarden Anteile verkauft werden. Und wenn die verkauft sind, dann beginnt die Phase 8. Und man sieht hier schon, je weiter wir voranschreiten in den Phasen, desto weniger bekommt man. Es sind Spekulationen da, dass bis Ende nächsten Jahres wir vielleicht schon bei 1 zu 1 sind oder zumindest bei 1 zu 2. Das heißt 1 Dollar 2 Anteile. Also, man sieht schon, je weiter das Ganze voranschreitert, hier in dieser Phase 1 bis 8 wird 36 Milliarden US-Dollar oder Anteile verkauft. Insgesamt sind, wenn Sie sich erinnern, 60 Milliarden etwas drüber. Je weniger das es natürlich werden, die zur Verfügung stehen, desto teurer wird das Ganze. Und hier haben wir die Sammelstellen von Skyway Capital. Wir erinnern uns, wir hatten insgesamt drei, das ist nur Skyway Capital und das ist hier natürlich weltweit vertreten. Hier speziell Skyway Capital in diesen Ländern und hier. Also nicht nur in Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, hier sind, naja, ich sage jetzt mal, die Nadel im Heuhaus im Moment noch. Aber wir ändern daran gerade etwas. Hier nochmal im Bild, Ökotechnopark, ohne dieses Museum, einfach ein Plan, hier die Schnellbahn, hier die Regionalbahn zum Demonstrieren mit dem eingebauten Hängebrückensystem und hinten das Transportsystem. Hier sieht man ganz schön, wie der Bahnhof aussehen muss. Der Bahnhof ist nicht anders als ein Ankerpfeiler. Wenn man hier diese große Trance hier anschaut, man hat hier insgesamt 19 Pfeilern integriert und man kann natürlich nicht nur diese Pfosten, so wie man es hier sieht, diese Pfeiler, das wäre auf Dauer ein bisschen instabil. Man hat immer wieder zwischendrin diese Ankerpfeiler. Diese Ankerpfeiler dienen häufig auch als Bahnhof. Hier natürlich auch als Bahnhof. Hier hat man diese Technologie nochmal. Man ist im Ökotechnopark aktuell dabei, dass man das Ganze über Laser schaut, ob alles begradigt ist. Das werde ich dann noch Bilder zeigen. Und so wird dann eben dieses Museum aussehen oder im Moment Ausstellungsgebäude. Ich bin jetzt mit der Präsentation soweit am Ende. Ich werde noch die neuesten Neuigkeiten von dieser Woche Ihnen zeigen. Ein paar Bilder dazu. Wer in Facebook ist, bitte lassen Sie sich, wenn Sie noch nicht dabei sind, aufnehmen von uns. Wir haben in Facebook immer die neuesten Informationen drinnen, was in den nächsten Tagen oder in der letzten Woche so passiert ist. Und ich zeige hier ein paar Bilder noch zum Thema Messe. Hier ist Junitzki. Hier ist Junitzki. Er besucht eben seine Räume, wo einfach dieses Unibike, der Unibus hergestellt werden und überzeugt sich, ob alles im Zeitplan ist für die Messe. Hier sieht man schon das Unibike. Das ist kurz vor der Fertigstellung. Hier schaut er sich alles genau an. Sie werden noch ein paar mehr Bilder in Facebook finden, wenn Sie in Facebook sind. Wie gesagt, wenn Sie noch nicht sind, einfach reingehen in Skyway Germany oder Deutschland oder es gibt auch Österreich-Schweiz, Deutschland-Schweiz-Gruppe. Das findet man, gibt es verschiedene Gruppen. Wir nehmen sie natürlich gerne auf. Und dann sind Sie immer, hier ist ein Querschnitt vom Motor. Ich bin kein Techniker, aber mir hat das Bild gut gefallen. Und so kann man sich das eine oder andere anschauen. Also er vergewissert sich über den Stand und es sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis September. Und jetzt komme ich noch zu etwas, was ich eben erwähnt habe. Das sind hier im Öko-Technopark. Und zwar, man hat hier diese Anker, diese Pfeiler. Moment, ich muss schauen, ob er das zeigt. Ja, man hat hier diese Pfeiler. Und man muss natürlich auch wissen, wenn hier diese Schiene draufkommt, ob das alles auch passt. Und das Ganze wird abgestimmt eben mit Laserbildern. Das sind recht schöne Bilder. Das passiert hier alles im Moment. Ich muss dazu sagen, die Arbeiten in diesem Öko-Technopark Tag und Nacht und auch am Wochenende. Also es geht hier wirklich in die Endphase. Das Ganze war geplant für Herbst. Sie sind sogar etwas früher dran. Also sieht sehr, sehr gut aus mit dem Fortschreiten. Noch ein Bild. Sieht schon gut aus. Also Sie losen hier natürlich aus, ob das alles auch passt. Ein paar mehr Bilder finden wir, wie gesagt, auch dann in Facebook. Dann komme ich jetzt zum Ende, jetzt im Großen und Ganzen von den Neuigkeiten unseres heutigen Tages und zu unserer Fragerunde. Jetzt komme ich auch wieder mit dem Bild. das ist das, was ich jetzt mit dem Bild. Ich bin, wie gesagt, Das ist das, was ich gerade Vielen Dank.